Aufrechnen Und dann noch einmal so Immer wieder hinter schauen Schau auf den Schläger Ja, noch ein bisschen gerader Ein bisschen gerader Ja Pass, 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 das ist schon besser Und vor, halt, jetzt sollst du dein Schwitz so weit weg Noch einmal Und wieder gerader und schwung Ein bisschen früher wieder, ausschwung, fast wieder Mach gar nichts, kleiner Nächster So, und vor Okay, jetzt kannst du dein Schläger ein bisschen weiter vorne rein Ein bisschen weiter vorne drehen wieder Ja, drehen und nicht auf den Ball Mal schauen, schön konzentrieren Ja, genau Pass, pass, pass Super Und aufrechnen Sehr gut, und gleich noch einmal Nur auf den Ball konzentrieren Sehr gut Und runter Passt, aufrechnen die Ellenbogen, gell Hoppala Jetzt sollst du verkehrt umgehen Jetzt sollst du mit der Oberkante komplett drüber gewinnen Ja, nochmal Schläger wieder schwang, oder? Gerade Und zuhauf, Bombe Und gleich wieder Gerade 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 Schäger Und jetzt Noch einmal Ein bisschen verhubt Gerade Hoch Und Aufrechnen Ja, genau Aufrechnen die Ellenbogen Jetzt kannst du ein bisschen nachdrehen mit der linken Hand Ja, die linken Hand ein bisschen noch am Griff Ja, da ist die linke Vorderen, ja Ja, noch eine Spur mehr In die andere Richtung, gell Ja, pass, pass, pass Zugrassen, zugrassen Sehr gut Und jetzt Und Aufrechnen, aufrechnen Ja, ein paar Bälle habe ich noch da Hier Und schon rauf Noch mehr vorrein Als das nach hinten kriegst, dann passt Ja, dann stehe er Dann noch ein bisschen lockerer sind Mit den Händen Und wieder zugrassen 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 eigentlich Ja Merkst du, dass du jetzt noch ein bisschen weiter vorgeräten gehst Okay Jetzt greifst du nicht ganz so weit rüber Gell? Schön soll er ableiten So Okay So kannst du am besten führen Ja Und Geht schon wieder Meister Hopp Aufrechnen Super Und wieder Hopp Jetzt Verteid mich, das ist der Wahnsinn Bravo Und Vor Jawohl Und gleich noch einmal Treffung Jetzt Spitzung Und hier habe ich noch Jetzt Bravo Auf die ganze Ja Das passt wieder Ja Und da Ja, das ist schwer Da bleib ein bisschen liegen Noch einmal Zwei Haufe noch Konzentrieren Ausholen weit Und Schwung Super Siehst, jetzt gehen die Bälle auch ein bisschen flacher drüber Und wieder ausleeren Der Letzte Konzentriert Noch ein Haufe Fast Meister Bravo Super Ist jetzt auch nicht so schwer die Rückenhände, oder? Genau Super Witzig mal So Dann wir gleich wieder einsammeln Komm Eine mit die Kugel